Leider, jetzt schon. Endlich, oder mal Luftfehler jetzt. Scheiss, Tag heute. Oh, sieh das eigentlich. Ich hab' die Geld von Schatzkinder mit dem Tor. Der mag, kauf ich auf den Kack. Der ist super, der mag. Hup! 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 Was war mit den Sandalen? Also der Hund war nicht schlecht. Ich hab' da vorne gelegt. Der Name ist ja gar nicht mehr. Es ist süß. Hup! Hup! Wieso, siehst du? Hup! 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 Hup!